So. Ich möchte gerne Musik machen und die Tischruppe, die ich schon gezeigt habe. Ich filme von der Seite. Diese Kamera hier hat im Wesentlichen drei Mikrofonöffnungen. Die sind aber noch nicht alle hier so richtig in diesem Käfig vorhanden. Und deshalb muss man da noch so ein bisschen beigehen. Und das möchte ich jetzt gerne machen. Dazu habe ich hier einen Metallbocker und einen Akkuschrauber und auch Licht. So. Die Kamera zeichnet nun 29 Minuten auf. Daher mache ich das hier an. Beim letzten Mal habe ich es leider nicht richtig gehört. Macht nichts so. Also, ich will. So. Sollte Die Schrauben der Schrauben So. Ja, jetzt ist das ganze Mikrofon frei, hier an der Seite ist auch schon ein Loch, und jetzt muss noch oben eins rein, das ist das frickeligste, deshalb habe ich das für zuletzt aufgewacht. Jetzt brauche ich wieder meinen Stahl zum anreißen. Und weil das so frickelig ist, fahre ich mit dem ganz kleinen Obermärchen. Okay. 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 So. So. Sehr schön. Jetzt brauche ich den ganzen kleinen Bohr. Das lassen wir mal so etwas aufmachen. So etwas aufmachen. So. 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 Das ist der Stahl. Das ist auch bis jetzt das schönste. Man merkt, dass ich müde. Da ist so ein Platz, wir machen es einfach ein bisschen größer. Das kommt davon, wenn man es nicht ausmisst. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin zu doof, so etwas auszumessen. Okay. 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 Das geht nur noch am besten aus, wenn ich jetzt noch das ... 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 Adios. Adios. Ich hoffe mal, dass der nächste Räume die Richtige erwünscht. Vielen Dank. Es hält aber noch gut, es ist auch sehr intakt und wir sehen, dass es nicht sauber ist, dass es nicht sauber ist. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.